Der Patient heute, eine Linde mitten in Ulm. Peter Klug muss diagnostizieren, wie stark ihre Verletzung ist. Die Linde leidet unter einer falschen Beschneidung vor vielen Jahren. Also das Hauptproblem ist eigentlich, wenn ich hier diese Stelle angucke, da hat man irgendwann vor 10, 20, 30 Jahren einen großen Schnitt gemacht, einen großen Ast weggenommen. Das ist das Hauptproblem. Wenn der Schnitt zu groß ist, kann der Baum das nicht überwallen. Gleichzeitig dringen Holz, da setzt eine Pilze ein, die schädigen das Holz, da setzen das allmählich und dann habe ich halt irgendwann ein Problem mit der Sicherheit. Wenn nicht mehr viel stabiles Holz da ist, dann kann der Baum hier genau an der Vergabelung brechen. Die Diagnose des Baumexperten geht nicht ohne Technik. Wie ein Ultraschallgerät bei Menschen zeigt dieser Schalltomograph am Ende den Baum von innen. Jetzt gehe ich praktisch von Sensor zu Sensor und messe hier die Geschwindigkeit vom Schall. Das ist praktisch die Nägel, die gehen bis ins Sprintholz und jeder einzelne Sensor misst jetzt bei jedem Schlag, wie schnell oder wie lange hat dieser Schall gebraucht, um dort anzukommen. Also wenn die Geschwindigkeit hoch ist, dann habe ich gesundes Holz. Wenn irgendwo eine Schädigung da ist, dann braucht der Schall länger durch diese Schädigung hindurch. Und das kann ich dann praktisch auf der Grafik erkennen. Das Ergebnis der Untersuchung erscheint im PC, ein Querschnitt des Stammes. Also das Hauptproblem hier eigentlich zwischen dem Sensor 6 und dem Sensor 7 hier oben. Außen ist eigentlich braun und innen sehe ich dann, das geht fast durch den ganzen Stamm hindurch. Ziemlich weit geht eine Fäule rein, zieht wahrscheinlich richtig rüber. Das ist dann diese lila Färbung oder blaue Verfärbung, wo ich dann sehe, okay, da ist relativ viel Fäule drin. An sich, wenn ich das Gesamt anschaue, ich habe den ganzen Bereich, der ist braun, hier ist braun, hier ist braun, eigentlich ausreichend. Das heißt, da ist zwar Höhlung drin, aber ich habe immer noch ausreichend stabiles Holz, bräuchte ich überhaupt nicht weiterzumessen. Klug ist erleichtert, denn der Baum ist gerettet. Genau dafür macht er seinen Job. Hauptziel ist es, der Erhalt eines Baumes, ganz klar. Ja, also das ist auch das Wichtigste. Ich meine, an sich, natürlich gehört dazu, ich will einen schönen Baum haben, ich will einen verkehrssicheren Baum haben. Er soll ästhetisch sein. Ästhetisch heißt er auch, seine Art entsprechende Form haben, das heißt einen schönen Kohlenaufbau, also nicht irgendwelche gekappten, stark reduzierten Bäume, sondern er soll schön aussehen, er soll vital sein. Das ist eigentlich schon das letzte Ziel. In Ulm müssen so jährlich etwa 30 Bäume geprüft werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017